C.S. Merkwürdig. Was ist denn das? Ich glaube ich träume. Ein schwebender Tuskemerk. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wir befinden uns etwa 10 Milliarden Zeitrechnung vor unserem Universum. Vosrasum. So einen Scheißhaufen hier nennt man YouTube-Kacke. Es gibt darin oft unheimlich viel Wasserflüssigkeit. Aber die muss man ja nicht gerade essen. Vorsicht, Steineier von links! Das hat unheimlich viele Jahre gedauert. Eine Zahl, die kann man sich vorstellen, bis die erste Kacke entstanden ist. Und von den vielen Künstlern, die es gibt, ist einer unser großer Soßenbinder. Einen Teil haben wir von Reptilowilo geerbt. Gott sei Dank nichts von Lee, der Soßen-Loll-Trottel. Wenn man genau hinsieht, kann man Spuren von Eigel noch gut erkennen. Wir brauchen ihn ja nicht mehr. Oder fehlt er euch? Und irgendwann war Bobby-Macher Er-O-Plagi das los. Wer lässt sich so einen Namen einfallen, kann man ja kaum aussprechen. Seesn-Straße ist auch eine solche Kerrchen-Rasse. Und die vier eifrigen Kerlchen, die drehen durch. Äh, ich meine die verdrehen die Sätze ineinander. Und da kommt dann YouTube-Kacke heraus. Und die vier sind nicht allein. Aus diesen ganzen Videos lässt sich dann schon eine ganz passable Zitatsuche machen. Das hier sind keine blauen Bohnen. Das hier sind Wassermelonen. Das hier sind Zitronen. Das hier sind Konzentrationen. Das hier sind etwa 100 Galonen. Ich hab schon eher Lektionen. Mein Schwanz muss wahnsinnig schnell im Uhrzeigersinn verdreht werden. Ich komm. Diese Flüssigkeit hier ist die sogenannte Bixit. Aber was red ich? Ich wette, das wisst ihr alles. Um unsere Kanäle trudelt Klantr von Planet 77 und ihn wird noch nicht einmal schwindelig dabei. Keine Angst, das ist nur eine Bildstörung. Hallo, Ola. Ich bin Zygnon B. Ich bin Scheiß. Soos. 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 Und Soos. Hier sehen wir Erwin W. bei der Qualitätskontrolle. Hoffentlich hält er ab jetzt die Fresse. Na, ich hab ja ne Bombenidee. Mhm. Wir wollen doch mal sehen, ob ich einen noch kriege. Ah. Jetzt hab ich's. Ich hab dich. Diese gelben Fratze sind genetischer Müll. Hör doch auf mit dem Quatsch. Frechheit. Arbeit macht frei. Was? Das ist doch... Piro. Wieso? Frechheit. Sieh mal da. Ich rufe den 6 Sektor 4 ich so hausen. Dicke Koks, bitte melden. Ich hab es gesehen, das machen wir schon kein Problem. Aha. Das sind ja unsere Freunde. Ich lass mich penetrieren. Auf die Socken, Jungs. Wir ringen ein. Ja. Ja. Hier sind wir in der Hölle. Wie sie selbst sehen können können sie selbst sehen, dass sie selbst sehen können. Also ich versteh überhaupt nichts, was ist denn das? Das ist Sesamstraßes Kacke. Sie steht hauptsächlich aus Scheiße, Kötzettes und zu viel Geschlechtsverkehr. Und die 1&1 Zentrale, die alle DSL-Verträgengriff hat, ist dort drüben. Ihr müsst zugeben, der Grand Canyon ist der Grand Canyon. Bewundert die herrlichen Konzentrationslager. Wir massagrieren nämlich auch sehr viel. Sie versorgen uns mit Energie, indem sie die angelieferten Jungen verbrennen. Besser gut gerutscht, als schlecht geflutscht. Hahahaha. Meister. 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 Was ist denn hier los? Was ist das hier? Alarm! Aufhören! So, hört doch auf, was ist das? Ihr müsst sofort anhalten, ihr Schwachköpfe! Was soll denn das? Dann sind die dämlich! Ich habe so etwas noch nicht erlebt! Für alle, die bisher gepennt haben, gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Anhalten! Halt, halt! Ich habe gesagt, zum Anfang! Das Ende kennen wir ja noch gar nicht. Na, was denn, was denn? Mach mal ein bisschen Dampf! Oh, ist es besser. Noch ein Stück weiter. Gleich sind wir da. Von hier aus wollen wir noch einmal starten. Mit einer fantastischen, aufregenden, spannenden Geschichte. Es war einmal das Lel... Oder auch nicht. Affe mit Waffe. Mit Anbule. Von hier aus von K Aufregend. Vielen Dank.